Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute öffnen wir einfach mal eine heiße 7 und ein Glücksschwein. Mal gucken, ob da vielleicht heute mal was drin ist. Beim letzten Video hatte ich ja auch wieder nur Mist gezogen. Ich hoffe, heute habe ich ein bisschen mehr Glück. Fangen wir mit der 7 an. Eine 1, eine 2, eine 9, eine 5, eine 3, eine 6 und eine 0. Also im Moment habe ich mit den heißen 7 nur Pech. Nun gut, naja, dann öffnen wir mal das Glücksschwein. Hier haben wir einmal 20 Euro, einmal 5000 Euro, einmal 4 Euro, einmal 100 Euro, einmal 2 Euro, einmal 40 Euro, einmal 10 Euro, 10 Euro und 100 Euro. Ah, schade. Das wäre schön gewesen. Aber, wie immer, eine Niete. Kommentiert, abonniert, lasst ein Kommi da, was man als nächstes aufmachen könnte oder soll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Entschuldigung. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.